Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Der ZDF ist schon länger ein kleiner Zipfergott Es sind aus 2200 m Ja Dann werden wir jetzt gern einmal in den nächsten paar Minuten ein Pipsi von dem Instrument oder von dem oder von dem ein Pipsi hätten wir gern dann müssen wir die Autobahn da unter uns und das nächste Teil runter gehen jetzt wird es noch hoch ja stimmt aber hoch ist der ein oder du meinst, das sind wir noch nicht so wieder das machen wir auch schon dann kommen wir auch dann kommen wir ein Pipsi hin dann werden wir sein Die Windrauen vom in Peter Rosseckers Wald sein und dort beim Alois Günther Haus jetzt müssen wir uns hin dann müssen wir ganz wie eine Airline jetzt sind wir schon unter die Wolken ja wir sind in lockerer weitbarer Nähe genau drüber haben wir das Grobenland nur zu saufen nur zu 2 Jahre nur zu saufen wenn man schaut 3,5 m das könnte sich dann um kippen und einsteigen genau wir haben jetzt noch mehr 1600 Euro ja 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 versprochen ist versprochen und wieder ausgebrochen ja aber wie seht gut 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 sind wir noch so kurz super ja wirklich schöner Wolken stehen ja dort hinten aber dort kann man nicht hinten ja 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 das ist das was wir hören wollen die ganze Zeit auf das warten wir schon und das wollen wir jetzt nicht auslassen bis es uns hochgeschafft hat so die Wolken ja 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 das ist ein bisschen hinter uns macht nichts das holen wir uns wieder die knorrigen Wände ja ja das hängt das macht nichts das macht nichts wir wollen dann haben kommen ok die ich bin wieder ungewühltig guckst es guckst es guckst es nicht perfekt jetzt da geht es nicht jetzt da geht es nicht da sind wir noch etwas zu laut wo bin ich das noch ganz besser ganz besser wir haben noch immer stehen und jetzt schon wieder fast auf 2000 Meter sonst was ein ganzer wieder für die nächste Woche blup der Frosch ist schon wieder im Döltenkopf final light for terrain sagt er das heißt wir kommen die zwar heim aber durch den Berg durch also das macht ja nicht das macht man gleich das macht man gleich was sagt er da genau final light for terrain wir kommen mit minus 33 Meter Höhe an in Neustadt ja ja weil da richtig gleich ist aber es geht sich trotzdem nicht aus und der Berg so zwischendurch was ist da los ok die Hunde ist bestellt ja 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 es geht ja ja wenn ich sage unter uns hinter uns wenn ich sage halt oder stoppt dann keine Bewegung Der gräst da, aber wir haben ihn besser, schätze ich mich. Der gräst noch gar nicht da. Da sind wir einer über ihm. Ja. Ja. Noch eine Zunge, da sind schon zwei unter uns. Noch zwei Tiere. Das wird mal schön krass. Ja, so bleibt. Immer wieder steigen, wenn du da oben schaust. Aber rechts in uns haben wir die Wolken schleier. Das passt so. Das ist gut. Ja. 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 Jetzt Karl. Dann gehen wir da raus. Das andere Flieger holen, oder? Ja. Das ist leicht besser. Ja, schau mal, es ist ja so dummer, ist ja da leer, ich kann mit Funktionen. Mal schauen, rechts, gell. Passt aber. Vielleicht auf der Seite, dass es geht. Das sieht gut aus. Nicht nur das mit. Und eigentlich brauchen wir. Vielleicht zeigen wir nicht mehr weiter. Ja, das können wir weiter. Dann kann man was. So, jetzt müssen wir gut rum. Mitgewohner haben wir heute, sind wieder ab 2002. Das sind wesentlich über die Wolken. Ja, das ist doch nicht so. Ja, das ist doch nicht so. Vielen Dank.